Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Ich bin sehr herzlich willkommen Sven Eng, Portfolio Management & Trust und auch Philipp Lundschmann, Head of Shipping at Bierenberg. So, wir haben zwei brillant speakers. Sie haben uns durch die meisten Veränderungen in Shipping. Aber bevor wir das machen, wir sehen uns zum nächsten Mal. So, wir sehen uns zum nächsten Mal. So, der erste Mal ist die Impact von Covid-19 an Kryptoassets. Das wird bereits morgen. So, wenn Sie gerne wollen, dann bitte einfach auf unsere Homepage. Und, wenn Sie gerne wollen, dann können Sie uns wissen. Also, wenn Sie sich an Weg geben lassen, dann können Sie wissen, und wir werden Sie auf die Liste des Addresses. Also, es wird noch ein Webinar sein. Es ist also called Opportunities in Europa und Stressed Debt. Und dann wird noch ein Impact von Covid-19 an Private Equity Secondaries. Und dann wird auch noch ein Einblick auf die Impacts von Covid-19 an Microfinance. There will be more webinars upcoming, so please have a look and have a look at the homepage. There will be also something on co-investments and other topics, just to give you an idea of what will be next. So, talking about shipping, I mean, here I found two little pictures summarizing container throughput. I mean, as you can already see here, there's some kind of cyclicality year to year. And I think especially the right one is an interesting one, showing throughput, China and the rest of the world. But I mean, these developments will be developed shortly in the presentation in more detail. It's just to give you some kind of an introduction. Yeah, with these words, I just would like to hand over, again, we have two brilliant speakers, so I just don't want to spend too much time. I'm happy you're here. I hope to hear you soon again. And with this, I would like to hand over, please. Thank you very much, Annette. And thank you to BIA for inviting Philip and myself to speak today. As Annette said, my name is Sven Eng. I am Senior Managing Director and Portfolio Manager at Entrust Global. And what I've done there over the last four and a half years or so is to to build a direct lending platform with the focus on the on the maritime industries. So hopefully you can hear me OK. I hope everyone is safe out there and that you can also see the see the presentation on your screens. So what I'm going to talk today, talk about today, first of all, just a brief overview of the shipping industry. I'm going to talk a little bit about how the COVID-19 is impacting our industry, including a few words around ports activities in China, which Annette already touched briefly on, and also how special events like these have impacted shipping and the consequence of that in the past. I'm also going to talk briefly about the online shipping markets and how these are impacted, but I'm going to not go very deep into that because I know Philip, our friends at Berenberg Bank, will talk more in depth about the underlying markets. So just a brief introduction to I can get this to work to the Entrust Global slide number two. So we are an asset manager headquartered in New York. We got roughly twenty one billion dollars under management and we have a clear cut focus on particularly two areas. Co-investing, which is the largest business that we have now, and also real assets, which is where I'm working. And that includes my business, which is the maritime industry lending to the maritime industry. And we also have launched an aviation business as well, which is which is more recent. That's what you see on the bottom of the blue sky. Not very creative blue ocean shipping and blue sky aviation, but but it works. My background is really mostly from the banking side. I've always been in the in the maritime industry. I come from Norway, still a Norwegian citizen. And so that means that it's probably less surprising that I end up in the maritime industry coming from coming from that country. Most of my career, as I said, on the banking side, but over the last 10 years or so, I've mostly worked on in the asset management industry. So that's just a very brief intro to interest global. And you see where we fit in the picture. So going to the next slide, if you think about the shipping industry and you think about global trade, roughly 84 to 85 percent is actually seaborne. So carried on ships. And that should tell you something about the importance of this industry. There really is no substitute for it. But this is the way goods and raw materials are moved across the oceans and around the world. And if you look on that top right hand corner, the orange line in that chart is showing the seaborne trade growth over the last 30 years or so, whereas the black line is showing world GDP growth. And as you can see, for the most part, the seaborne trade growth has been higher than world GDP growth over this period. The only exception was really around 97, 98 when you had the Asian crisis, when they had a clear impact for a brief period on seaborne trade. And then you also had a very brief period, really just the first quarter, 09, when the seaborne trade was negative. This year is probably the year we'll see negative seaborne trade again turning negative in terms of growth for the first time since the financial crisis. And that's obviously driven by the pandemic and what's happening to demand as a consequence of that. So the pie chart you see on the lower left hand corner, that's showing just some of the types of products that these ships are carrying around the world. There's all kinds of different raw materials as well as finished products. And that means that there are a number of different sectors in shipping. And the key to being a lender to this industry is really to take a kind of cyclical approach. That's what I've always believed in. And that's what we're doing in Atlas Global. You have to back off relevant sector in shipping if it goes too high. That means that you will end up putting too much debt on these ships because it's all about preparing for a downturn. You have to be ready for a downturn. And the best way to make sure that you're never taking losses is to not put too much debt on these assets, even in a high market. So if necessarily you have to back off the market when things go too high, because there's a very, very clear correlation between the rates that these ships are earning when they're trading and what the value of these ships are at that point in time. The table that you see on the lower right hand corner, particularly the yellow part of the table, is showing the complete lack of correlation between the shipping markets and, for instance, to the equity markets and the bond markets over the last 20 years or so. And that's something that's important to keep in mind, especially when you see the volatility around the equity markets right now. That doesn't really impact on our business, the lending business. It is much less volatility in terms of how these loan portfolios are valued than, for instance, the equity markets right now. So now if we go to the next slide. So now we're going to, let's see. So the debt capital to the maritime industry, the way that this is being done has dramatically changed since the financial crisis. And that was really one of the drivers for us starting this business at Entrust Global about four and a half years ago. We saw that the banks were pulling back from lending post-financial crisis as a consequence of new regulatory restrictions. The banks have really changed their model now in terms of how they lend. It's all about lending to companies where they can see the potential to derive cross-sell income. So capital markets business is absolutely key. As an example, banks only want to lend now to companies where they can see other income streams as a consequence of using their balance sheet for lending. It's more expensive to lend. So banks are really focusing on just one part of the market, which are the large public companies. So that's why firms like ours and others have stepped in really to fill the shoes of what the banks used to be providing debt capital instead of the banks. And obviously with a different focus on the online assets and also pricing. Debt is more expensive from alternative lenders for obvious reasons, but it's still something that's badly needed. And we and others are trying to fill that void with alternative capital. So if you look at the first pie chart, and that shows where debt was coming from back in 2008, so just before the financial crisis. And as you can see, roughly 82% of all debt capital came from commercial banks. And roughly 80% of that, again, were European banks. So what we're really talking about here is a European banking story. And I apologize for all the names in the middle there. A lot of those are German names, as you can see. And the fact is that a lot of the German banks are the ones that have exited the industry completely. Banks such as Commerce Bank and Nord LB and so on. And these were banks that were very, very large lenders to the industry. There are also some others that have exited. But for the most part, the banks have just changed their profile. In other words, the banks are really not lending to the private owners today. These companies that really cannot provide any other income stream, they're just interest spreads on the loans. And that's just not enough for the banks today. So that's how the market has changed. And that's why you're seeing more and more alternative capital coming into the market. The second pie chart just shows that the bank part of the pie had gone from 82% in 08, all the way down to 41% in 2016. And that trend has definitely continued since then. So that's what we refer to as the dislocation on the banking side. It's not unique to shipping, but shipping has been particularly hard hit because almost all the debt capital historically came from these banks. So if we go to the next slide, and now we're going to start to talk about dynamics as a consequence of COVID-19. Sorry, this is a little bit sensitive. So what we're seeing is just an increased opportunity. As a lender, we're not changing our profile. We're still taking that kind of cyclical approach. However, what we're seeing is that the market that we've been focusing on has expanded in the middle of this pandemic. Now, obviously, it's a tremendous humanitarian issue with all the people getting sick. And also, we're seeing major disruption to the global economy. And I think the biggest problem for everyone who are active, whether it's lenders or investors, is the uncertainty. We just don't know when this is going to end or how it's going to impact the economy in the medium term and even long term. And that's the big question mark. We're all grappling with trying to figure out what does the world look like beyond this when things are under control. And predictions are all over the place. In terms of shipping, though, it's interesting because shipping, when something like this happens, you see it immediately, particularly certain sections of shipping, because there are immediate disruptions and ports and so on. And everything just grinds to almost to a halt and really slows down quickly. The flip side to that is that you will also very quickly see the shipping industry pick up again when things get under control. And for instance, China is an area, you know, they obviously were the first one with this problem. And we actually seen how things are now starting to flow in and out of China again. This is happening when other parts of the world is slowing down because of the pandemic. So the economy is still impacted, but at least in China, which is a very important part of shipping overall, things are really picking up. I would say that over the last few days, we started to hear signals that things are not necessarily continuing to improve in China and there might be some setbacks going forward. So we're keeping a very close eye on that. Now, in terms of how the shipping industry has been impacted, it really varies across the different shipping sectors. You know, tankers and dry bulk vessels, they carry oil and energy products and raw materials, commodity type materials. You know, dry bulk is really struggling, whereas the tanker market has been booming. The reason for that is more of a situation around oil price than what's happening as far as the pandemic. Now, the real impact for us as a business is that we're seeing banks really pulling back even further and literally shutting down the lending business. We're seeing that they're preserving capital, hoarding capital right now. And that's really expanding the market for us. If you're thinking about the lending business, the shipping, the maritime lending business is hard asset lending. The firms that are involved in lending in this industry take security in the ships themselves. It's not an unsecured lending business. It's secured by hard wheel assets. And that means that you do have more protection on the downside than a lot of other areas when it comes to lending. And if you do that kind of cyclically, you're more prepared for something like this than what you otherwise would be. So what we're seeing in terms of opportunities, number one, the type of owners that we as an alternative lender typically would not focus on the large companies out there, the public companies. We're actually seeing more approaches for those companies simply because the banks aren't there the way they have been on a temporary basis. And we're taking some advantage of that. The other area we'll be seeing a lot of opportunities now are banks that are simply looking for capital relief. So they might sell off parts of their portfolio or sell off some loans and even in a couple of cases completely sell off everything that they have in this industry. Another area where we're seeing interesting opportunities are on the public side, public debt. We're seeing some dramatic mispricing on some of these funds. And there, if you focus on companies that you know, you know the management teams, you know the history, the balance sheet, the financial strength, the structure of the bonds and so on, you can do some very interesting acquisitions there. So what we're seeing as a consequence of the pandemic is it's just a large opportunity set. And that's the that's really the key. We're not changing our profile or our business. We're just seeing more opportunities. Now, that being said, you also have to be very mindful and careful about preserving what you already have. We have a sizable portfolio. So obviously, we spend a lot of time re-underwriting everything that we have. And we have, you know, talk to our barbers very, very regularly and make sure that we're sort of keep ahead of developments to the extent that we can. Now, what we have at Entrust Global, which I did mention, is that we have a team of specialists in this area. We have a team of seven people. And that's something that's very, very useful, particularly in these types of situations. We have a team of people who have gone through cycles in the past and done restructuring work and know how to deal with this type of situation. And also, importantly, the flip side, the ability to source opportunities right now. So we go to the next slide. Here we're talking about what happened in China. So as I mentioned, when this broke, going back a few months now, starting in Wuhan, the impact on particularly one sector shipping was immediate. Here we're talking about the large dry bulk vessels. These are the ships that carry, for the most part, iron ore between Brazil and Australia to China. And this is sort of a singular trade. And because of port disruptions, that market collapsed literally overnight and actually went into negative territory, which we've never seen before. And if you look at the top right hand corner of the chart in the top right hand corner, you see there early on during the pandemic that the number of port calls went way down. Now, that's not unusual for that time of year because of seasonality and the Chinese New Year's and so on when things fell down. However, what you'll see is that it extended for a longer period due to the pandemic. But if you look at what's happening now, the interesting thing is that the number of port calls is now actually higher than what it was at the same time last year. So that means that there's this tent of demand, they need to refill inventories and so on. And as the ports start to open up and the economy start to open up again, we very quickly saw an improvement in the online shipping market as well. Now, that's for the large dry bulk vessels. For the smaller ones, they're more impacted by what's happening around the world, US and Europe. So that market is tough at the moment. But with China coming back so quickly, now the question mark, as I mentioned, is whether this is sustainable. Are we going to see a second wave, a third wave and so on? And that's what's creating this uncertainty. Now, if you look at global ports, the second chart, you'll see that there is just continuing to go down in terms of number of calls. And that's where the problem lies in that the rest of the world has really been slowing down at the time when China has been picking up again. I'm a little bit aware of timers, so I'll try and speed up a little bit. So I'm not going to talk on the next few slides in the slide number nine and ten too much about these markets. I know that Philip wants to cover that in more detail. But I think the main message from us is that the different sectors in shipping, whether it's dry bulk containers and tankers, which are really the only thing that we focus on as far as our business. And the impact has been somewhat different. Dry bulk is probably the area that's struggling the most right now, whereas the container market has been OK for the time being. But for us, we are actually the most concerned about the container trades in the medium to longer term. And the reason for that is that the global impact or the economic impact of what's happening is uncertain. We don't know how bad it's going to get. But if the world GDP growth is negative for an extended period, this will impact the container trades because these ships are carrying finished products. And if we see reduced demand, it will impact that part of the market more than any of the other markets. And that's why we as a team are very, very mindful, keeping an eye on the trade flows. We focus very much on the mining companies, the companies like Maersk and Hapak-Lloyd, make sure that they really follow how they are doing in terms of their volume, how they're doing in terms of financial strength and so on. Because typically our borrowers are relying on cash flow from the mining companies in the container trades. Our borrowers typically are the owners, operators of container ships that have fixed employment through these mining companies. So if we start to see mining companies get in trouble, that's when our borrowers get in trouble. So that's really something that we are concerned about at least in the medium term. The tanker market, as we mentioned, has been going from strength to strength. Right now, it's coming off again. It's been incredibly volatile, as you can see from the chart on the left-hand side. We do not think that the tanker market is going to continue to be as strong as it has been, because it is going to be impacted by reduced demand for oil in the future. There's absolutely no doubt about that. But really, the question is, when is the oil price going to – is it going to continue to go up like we're seeing now? That means that this storage play that has impacted this tanker market – a lot of ships have been taken out of the market to be used for storage rather than trading and transporting oil. That's been good for the trading market, because fewer ships have been available to carry oil, pushing the rates up. Is this going to continue or not? That is the question. And we're starting to see a slowdown already, and that's why the tanker rates have been coming off as of late. And I'm going to leave it there. I'm not sure that we'll talk more about this. We've got to slide number 11. Here we're talking about some of the sort of the major events in the sort of past crisis. And the one thing that you take away from the slide is that as things get tough, you start to see more scrapping of ships, because the owners of ships, the only thing that they can really control is the supply side. In other words, the number of ships there to trade when you see reduced demand growth. And that's why we think we're going to start to see more scrapping as well during this crisis. And then the market eventually will pick up. And that's typically how it works. The red line of this chart is showing the one-year rate a large driver's threshold earned throughout these different crisis periods. And you always see that once you get into a crisis, you see more scrapping, and then the market will eventually pick up. And it's going to be the same thing here, but here we just don't know about the timing of it. We don't know how bad this economic situation is going to be post-COVID-19. So we've got a slide number 12. Here we're talking specifically about the public debt market. And that's something that we have been quite focused on because we've seen some massive pricing dislocation. And these are just some of the examples of companies with public bonds out there and how this crisis sort of repriced these bonds. It started to come back now. The prices are starting to tighten, but there's still some very interesting opportunities. The challenge with the shipping markets on the bond market is that there's not a lot of liquidity. So it takes a long time to buy up these bonds. But there are some very interesting situations there to keep an eye on. I think really that's exactly 25 minutes. I want to leave the password over to Philip. But before doing that, on slide number 13, Lars Zimmermann, he's the business development person for Interest Global for Germany and Austria. And if you have any questions or you want to talk to me in the future or looking for information, please reach out to Lars. You see his contact details on slide number 13. With that, I want to thank you all for listening. Look forward to the Q&A after Philip's presentation. But I'm happy to pass over the baton to Philip Wunschmann. Philip? Thank you, Sven, and the interest team. And now switching to the more regulated world and the perspective of a bank asset manager. As you, Sven, know anyway what I talk about. And as Berenberg still is a German bank, please allow me to switch to German here for the purpose of this presentation. But happy to answer questions in English and German thereafter. Ja, herzlich willkommen zu dieser Präsentation. Ich freue mich, dass ich zu Ihnen sprechen kann. Mein Name ist Philipp Wunschmann. Ich verantworte die Shipping-Aktivitäten bei Berenberg und bin selbst 20 Jahre in der Branche aktiv bei verschiedenen Banken und Marketplayern. Vielleicht erlauben Sie mir eine einleitende Bemerkung zu dem Thema Schifffahrt und Krise im Allgemeinen. Ich denke mal, beide Begriffe gehören spätestens seit der Finanzmarktkrise 2008, 2009 zusammen und für viele sind sie eng verbunden. Viele andere Sektoren und Assetklassen haben sich seitdem sehr viel schneller erholt als Shipping. Und Shipping hat sehr viel länger gebraucht dazu. Man könnte das jetzt so verstehen und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt vielleicht als Einheit in der Schifffahrt. Die Krise gewöhnt ist und ein Stück weit krisenerprobt ist. Ich glaube, dass tatsächlich das etwas Wehenswertes ist, weil es vielleicht ein Vorteil sein kann für diese Krise. Die Branche ist auf jeden Fall schon immer an Volatilitäten gewöhnt. Es gibt auch einen großen Erfahrungsschatz im Umgang mit komplexen Situationen bei allen Marktteilnehmern heute. Ob es nun die Schiffseigentümer sind, die Investoren oder auch die Banken. Das andere Thema ist, dass heute die Banken, die Finanzindustrie sehr viel stärker reguliert ist, auch als Folge von 2008. Und insofern der Umgang mit Spezialassetfinanzierung und Sven hat das erwähnt, sehr viel professioneller geworden ist als damals im Ausgangspunkt 2008. Viele Banken sind einfach rausgegangen aus der Branche und die, die noch da sind, gehen damit heute anders um. Der dritte Punkt, der da vielleicht erwähnenswert ist, dass Verträge, also Kreditverträge oder überhaupt Finanzierungsverträge heute deutlich robuster aussehen als vielleicht noch in 2008, 2009. Und vielleicht auch im Vergleich zu anderen Assetklassen, die in den letzten fünf Jahren eher Sonnenschein erlebt haben, im Shipping doch konservativer gemacht sind, weil die Krise hier länger gedauert hat. Das kann nochmal wichtig werden in dieser Krise und sei vielleicht einleitend gemacht. So, jetzt versuche ich hier gerade mal. Ja, Herr Wünschmann, Brugs hier, also Ihr Name ist jetzt hier nicht in der Liste, dann muss ich das für Sie steuern. Wenn Sie einfach sagen, weiter, dann mache ich das. Genau, dann einmal weiter, bitte. Ja, unser Aufsatzpunkt ist, der ist ähnlich wie Entrust geschildert. Ich glaube, die zwei Hauptthemen, über die wir reden, sind Covid-19, klar, aber eben für Shipping speziell auch der Oil-Price-Collapse, der die Schifffahrtsindustrie stark bewegt. Und das sind die zwei Felder, über die wir heute eigentlich mal reden wollen. Konzentrieren möchten wir uns dann aber auch im zweiten Teil vor allen Dingen auf die Frage, welche Auswirkungen hat das eigentlich diese Krise jetzt auf Schiffsfinanzierungsanbieter. Weiter. Ganz kurz zu Bärenberg. Wir sind eine Bank, das ist klar. Wir sind aber auch ein Assetmanager und haben uns in den letzten Jahren zu einem Anbieter von Private-Debt-Produkten entwickelt in alternativen Assetklassen. Diese Fonds, die Sie da sehen, erfüllen die Vorgaben institutioneller Anleger. Einer dieser Fonds ist investiert in erstrangig besicherten Hypothekenkrediten in der Schifffahrt, sodass wir hier also über ein Produkt reden, nicht heute, aber insgesamt, was wir als Bärenberg auch bedienen. Weiter. Bärenberg hat sich da Shipping unter anderem ausgesucht als ein Sektor, in dem wir uns gut auskennen. Shipping ist ein Feld, in dem wir als Bank mit Hamburger Wurzeln schon seit vielen Jahrzehnten aktiv sind. Und wir betreuen heute rund 400 Schifffahrtskunden weltweit. Das heißt, wir haben hier ein Netzwerk in den Markt und aktive Kundenbeziehungen, mit denen wir arbeiten, wenn es darum geht, dann daraus Schiffsfinanzierung oder Finanzierungsstrukturen zu generieren, die wir dann für Investoren interessant aufbereiten. Weiter. Ja, vielleicht zu den Hauptmärkten und Sven Ayn hatte dazu schon gesprochen, aber vielleicht noch mal auf die verschiedenen Segmente. Denn Schifffahrt ist in der kommerziellen Schifffahrt im Wesentlichen in drei Segmente zu unterteilen. Bulker, Tanker und Containerschiffe. In Deutschland war der Fokus immer sehr stark auf Containerschiffe in der Vergangenheit. Man hat dabei vergessen, dass zwei Drittel der oder fast drei Viertel der weltweiten Flotte Bulker oder Tanker sind und Containerschiffe eigentlich nur in Anführungszeichen 13 Prozent der Weltflotte ausmachen. Also 43 Prozent sind die Balker, über die ich mal zuerst kurz was sage. Sven hat es schon gesagt. Die Balker sind schon länger von schwierigen Märkten betroffen. Das fing schon in 2019 an. Und die Werte von Bulkern heute sind unterhalb der langjährigen historischen Durchschnitte. Genauso wie die Einnahmen, wie man unten links sehen kann, die sich deutlich unterhalb der langfristigen 20- und 10-Jahresdurchschnitte bewegen. Das hat damit zu tun, dass der Markt schon in 2019 getroffen war von verschiedenen Ereignissen. Da ist zum Beispiel in Brasilien der Staudamm von Wale gebrochen. Und das hat zu Marktverwerfungen geführt. In Australien gab es Probleme. Also der Markt ist schon seit vor Covid betroffen und ist heute in einem schwierigen Stadium. Die Rohstoffimporte sehen wir allerdings mittelfristig nach wie vor nicht so stark betroffen, wie vielleicht die Container-Finish-Product-Transporte. Wir sehen schon, dass die Öffnung oder Wiedereröffnung von China schon dazu geführt hat, dass die Biker-Trades auch wieder angezogen haben. Das macht sich noch nicht so sehr in den Raten bemerkbar. Aber wir rechnen damit, dass hier die weitere Öffnung der Märkte und auch dann vielleicht folgende staatliche Konjunkturprogramme dazu führen werden, dass Rohstoffe, die mit diesen Schiffen transportiert werden, wieder verstärkt durch die Welt fahren und das auch dann vielleicht auf diesen sehr stark getroffenen Markt wirkt. Die niedrigen Ölpreise, die führen bei diesen Schiffen dazu, dass man tendenziell wieder etwas schneller fährt. Die Schiffe sind in den letzten Jahren durch die hohen Spritpreise relativ langsam gefahren. Das hat natürlich dazu geführt, dass tendenziell mehr Tonnage, also mehr Schiffe verwendet wurden für die gleichen Transporte. Der Ölpreis-Kollaps hier führt dazu, dass diese Schiffe tendenziell wieder etwas schneller fahren können. Und da reichen auch schon wenige Knoten, um damit dann auch Tonnage sozusagen wieder in Nachfrage schwächer zu machen. Das sei vielleicht an der Stelle erwähnt für die Brücker-Seite. Weiter bitte, zwei Slides. Nee, Entschuldigung, genau, Tanker. Einen weiter noch bitte, danke. Bei Tankern hatten wir schon gesagt, dass der Tankermarkt in einer besonderen Situation im Moment ist. Der Ölpreis-Kollaps hat hier zu einem sehr starken Marktanstieg geführt, der sich jetzt gerade etwas wieder normalisiert. Wichtig zu wissen ist, dass, wenn wir über Tanker reden, wir nicht nur über Rohöl reden, wir reden auch über Produktentanker, also raffinierte Produkte, die wiederum auch etwas anderen Zyklen folgen. Also eine Raffinerie hochzufahren oder runterzufahren dauert länger. Dort sind längerfristige Kontrakte dran und entsprechend müssen Produkte, die dort raffiniert werden, auch transportiert werden, sodass wir im Moment diesen Markt, den Tankermarkt insgesamt noch positiv sehen. Aber wie schon erwähnt, ist der Markt eher im Zyklus etwas weiter oben und man kann hier mit einer Korrektur rechnen, die vielleicht in drei bis sechs Monaten erfolgt, vielleicht auch etwas später. Aber sozusagen Marktteilnehmer rechnen hier tendenziell mit einer Korrektur, die aber etwas mit Zeitverzögerung erfolgt und dann sicherlich auch durch Covid-19 beeinflusst ist, wenn man sich mal als Beispiel Kerosin nimmt, Flutbenzin, was vielleicht dann erst mal nicht mehr so stark nachgefragt wird und dann transportiert werden wird. Weiter bitte. Ja, Container, ich glaube, das ist der Markt, den man in Deutschland vielleicht am besten kennt und ohne, dass wir uns abgesprochen haben, teilen wir die Einschätzung mit Entrust, dass das der Markt ist, der sicherlich am schwierigsten zu beurteilen ist und vielleicht am stärksten, am unmittelbarsten betroffen ist von Covid-19. Auch wenn die Folgen daraus erst jetzt im zweiten und dritten Quartal richtig sichtbar werden sollten. Das erste Quartal ist vergleichsweise unspektakulär positiv gelaufen. MERSC hat heute Zahlen veröffentlicht, die das auch zeigen, aber auch MERSC hat geschrieben, das zweite Quartal Erwartung von einem Volumensrückgang von 20 bis 25 Prozent. Sicherlich sind diese Quartale zwei und drei jetzt die schwierigen. Aufs Gesamtjahr gesehen muss man mal gucken, wo das dann hinläuft. Aber ein zehnprozentiger Volumensrückgang über das Gesamtjahr erscheint durchaus nicht allzu konservativ. Insofern ist der Containermarkt sicherlich sehr stark betroffen und auch mittelfristig muss man sagen, dass Covid-19 natürlich dazu führt, dass vielleicht globale Lieferketten auch insgesamt überdacht werden. Und entsprechend hier vielleicht weniger Finish-Goods, die typischerweise in Containerlanden, durch die Welt gefahren werden künftig. Das ist aber eher ein Effekt, den wir mittelfristig sehen und damit meinen wir ein, zwei, drei Jahre, weil natürlich Lieferketten, alternative Lieferketten oder Produktionen erst aufgebaut werden müssen. Aber man kann das ganz gut sehen, auch der Containermarkt ist historisch betrachtet, was die Werte betrifft, eher günstig im Moment. Wir glauben aber auch, dass das sich so schnell nicht ändert. Der nächste Slide zeigt nochmal, dass auch innerhalb der einzelnen Segmente unterschiedliche Betroffenheiten herrschen, wenn es um Covid-19 geht. Wir haben das hier mal versucht, deutlich zu machen am Beispiel des Container-Segments, dass es dort verschiedene Player gibt. Das sind die Freight Forwarder, also typischerweise die Kühne und Nagels und DHLs dieser Welt. Das sind dann die Charterer, die Linienräder rein im engeren Sinne, also eine NASC, eine HAPAC, eine CMA. Und das sind dann die Schiffseigentümer, die häufig auch die Manager der Schiffe sind, also sprich Dienstleistung erbringen. Das Beispiel dort, was vielleicht bekannt ist, ist MPCC, ein Anbieter von Container-Fieder-Schiffen. Diese sind unterschiedlich betroffen und während, das kann man ganz gut deutlich machen an dem Beispiel der Linienräder rein, die sicherlich jetzt Ladungsvolumen verlieren im Moment, das ist das, was Merz da berichtet hat, die aber gleichzeitig die Möglichkeit haben, ihre gemietete Tonnage ein Stück weit zu steuern, also sprich Mietverträge mit Schiffen, sogenannte Charterverträge nicht zu verlängern und dementsprechend auch die Flottengröße etwas zu steuern. Bleibt natürlich die eigene Flotte, die ausgelastet werden muss, aber dennoch hat man hier eine gewisse Flexibilität. Und das Zweite ist, die Linienräder rein zahlen die Benzinrechnung, also die Bunkerrechnung und haben dort im Moment natürlich einen großen Vorteil, weil durch den sinkenden Ölpreis hier die Treibstoffpreise auch deutlich gesunken sind, sodass es dort also auch einen Faktor gibt, der positiv wirkt. Im zweiten und dritten Quartal wird man das sehen, ob das ausreicht. Es wird aber in jedem Fall an der Stelle zu einer Lastung führen, die zumindest temporär erstmal hilft. Für die Schiffseigentümer ist die Situation ein etwas anderes. Sie vermieten ihre Schiffe an die Linienräder rein und wenn die Schiffe zurückgegeben werden und keine Anschlusscharter gefunden wird oder nur zu niedrigeren Raten, dann ist dort eine unmittelbare Betroffenheit. Und das sind die Rädereien oder die Eigentümer der Schiffe, die hier auch dann am unmittelbarsten betroffen werden sollten. Das führt natürlich im ersten Schritt zu keinen Dividenden. Im zweiten Schritt natürlich dann auch dazu, dass sich Werte korrigieren und wenn sich Schiffswerte korrigieren und Covenants gerissen werden in Finanzierungsverträgen, also Beleihungsgrenzen gerissen werden, dann kann das Druck auf die Märkte bringen, auch Schiffe zu verkaufen entsprechend. Also für die Schiffseigentümer im Containerbereich sicherlich eine schwierige Situation. Auf der Bankseite oder auf der Finanzierungsseite allgemein kann man sagen, dass auch hier natürlich eine Betroffenheit da ist. Ich sage mal, das Thema Stundung ist durchaus im Bereich des Möglichen. Komme ich gleich nochmal dazu. In jedem Fall ist aber die gesamte Finanzierungsstruktur, die Kapitalstruktur heute auf der Finanzierungsseite deutlich konservativer strukturiert, als es das zum Beispiel in 2008 noch war. Und insofern sind die Finanzierungsgeber heute besser aufgestellt als in vergangenen Krisen. Das liegt auch an der verstärkten Regulierung nach der letzten Krise. Weiter bitte. Ja, hier haben wir nochmal den Vergleich zwischen den unterschiedlichen Märkten. Da möchte ich nur so viel dazu sagen, dass Public Debt natürlich eine schnelle Korrektur erlaubt. Es ist eine schnelle Preiskorrektur. Die Bereinigung der Position in einem Portfolio ist auch schneller möglich. Man vermeidet also Unsicherheit. Während Private Debt da weniger reaktiv ist und erst mit Zeitverzögerung auf sozusagen die Korrektur dann sichtbar wird. Dafür ist sicherlich Private Debt in der Krise etwas flexibler hinsichtlich der Restrukturierungslösungen, die eher individuell gestaltet werden können und häufig eben nicht einem Public Pressure to Publish unterliegen. Insofern gibt es Vor- und Nachteile, die haben wir hier mal übergestellt. Weiter bitte. Ja, darüber hat es in AIN schon geredet. Das ist der Public Shipping Debt Markt. Man kann nur ganz gut sehen, dass sich das jetzt schon in 2020 zeigt, dass die Zahl der Neuemissionen auf der Bond-Seite im Shipping-Sektor deutlich schon zurückgeht. Das muss man mal beobachten, wie es über das Jahr geht. Man kann das mit 2008 verglichen ganz gut sehen. Auch in 2008 gab es einen dramatischen Einbruch und 2009 und 2010 dann entsprechend verstärkte Aktivität. Wir müssen gucken, ob das jetzt hier auch so ist. Weiter bitte. Interessant, glaube ich, für das Pricing kann man ganz gut sehen hier an dieser Grafik, dass Private Shipping Debt, also Schiffsfinanzierung in den letzten 10, 12 Jahren deutlich teurer geworden ist. Und wir, ich sage mal zuletzt in 2015, 16, als sehr viele Banken nochmal endgültig ausgestiegen sind und Alternative Debt Funds stärker an den Markt gekommen sind, dass Pricing nochmal angestiegen sind, sodass wir heute ein Pricing-Niveau von einem Credit Spread haben, der, ich sage mal, deutlich die Illiquiditätsprämie auch zeigt. Wir sehen jetzt aktuell auch hier mit Zeitverzug in unserer Neugeschäftspipeline, dass die Margen da auch ansteigen. Das funktioniert nicht so schnell wie die Korrektur an den Public-Marken. Aber auch hier sehen wir Anstiege in den Kreditmargen von Neugeschäft. Wie hoch das sein wird, müssen wir beobachten. Im Moment sehen wir so Anstiege, die um die 50 Basispunkte liegen bei Neugeschäft. Also das gibt auch Opportunitäten in diesem Markt. Weiter bitte. Hier nur nochmal gegenübergestellt das Thema Asset-Based versus Cashflow-Financing. Wenn wir über Schiffsfinanzierung reden, dann meinen wir im Wesentlichen den Asset-Based-Finance, was viele Banken eben nicht mehr machen heute aus den schon genannten Gründen. Viele Banken konzentrieren sich heute auf große Corporates oder auf Cashflow-basierte Projektfinanzierung. Der Bereich Asset-Based-Finance ist vernachlässigt und bietet dadurch auch die Chancen, die Fonds wie Entrust oder andere, aber auch Banken wie unser Haus dann wahrnehmen können und wo wir auch gute Chancen sehen. Weiter bitte. Wir haben jetzt nochmal zum Schluss eine Case-Study, um nochmal zu zeigen, wo wir stehen eigentlich im Vergleich zur letzten Finanzmarktkrise und haben mal einen typischen Bulk-Carrier genommen, ein mittelgroßes Massengutschiff, was typischerweise Kohle, Erz, Getreide fährt, zehn Jahre alt und haben mal angeguckt, wie die Finanzierungsstruktur eigentlich in 2008 aussah und wie sie heute aussieht, also jeweils am Ausgangspunkt der Krise. In 2008 hatte ich sehr hohe Werte, sicherlich extrem. Damals typischerweise europäische Banken, die bis zu 80 Prozent Senior Debt gegeben haben, bei 20 Prozent Eigenkapital. Das hat in dem Fall dann auch zu einer dramatischen, sehr schnellen Korrektur geführt, als die Asset-Werte dann im Zuge der Finanzmarktkrise um über 70 Prozent gefallen sind. Wir können das heute beobachten, wenn wir jetzt die Finanzierungsstruktur für ein gleiches Schiff heute angucken, dann ist der Ausgangspunkt ein ganz anderer. Man kann ganz gut erkennen, es gibt also hier keine Asset-Bubble oder Preis-Inflation, sondern wir sind heute in einem historisch eher niedrigen Wertumfeld, was aus unserer Sicht eben auch interessante Chancen bietet. Der aktuelle Wert eines solchen Schiffes liegt sogar unterhalb des Zehn-Jahres-Durchschnitts, sodass ich, wenn ich darauf eine konservative Finanzierungsstruktur baue, also heute eher 50 Prozent, dann kann ich sehen, dass ein Marktwertverfall heute ganz andere Wirkungen hat als noch in 2008. Hinzu kommt, dass wir auch kein Orderbuch haben, also die Neubestellung von solchen Schiffen war in 2008 bei rund 50 Prozent der Bestandsflotte. Heute sind es zwischen 10 und 20 Prozent, wenn überhaupt. Also wir haben eine andere Ausgangslage und auch eine andere Kapitalstruktur, wenn man die beiden Krisen mal nebeneinander legt. Was macht ein Asset-Manager oder eine Bank, vielleicht die Folgefolie bitte, wenn in so einer Situation, wir haben dort natürlich sehr schnell reagiert oder wir reagieren sehr schnell, machen eine Art Stress-Testing des Portfolios, was ja nicht im Preis korrigiert, weil es nicht public listed ist. Aber wir können sehr schnell die Werte aktualisieren. Das funktioniert über global transparente Datenbanken, die uns erlauben, Schiffsbewertungen einzuholen. Das funktioniert in der Regel in ein bis zwei Wochen, dass man ein Portfolio dann aktuell auf die aktuellen Werte anpassen kann und sehen kann, was passiert mit dem Portfolio. Sowohl im historischen Schnitt, also im historischen Zyklus, als auch aktuell. Außerdem gucken wir natürlich, was der Stahlwert eines Schiffes ist und wie sich der Wert oder die Wertkorrektur dann gemessen am Stahlpreis auswirkt. In den Kreditverträgen gibt es vielfach Klauseln, die ein LTV-Covenant enthalten. Also wenn ich 50 Prozent Anfangsbeleihung habe auf einem Schiff und dann habe ich häufig bei 55 oder 60 Prozent einen Anfasser und wenn dieser Punkt gerissen wird, dann bin ich mit dem Kunden im Gespräch und kann hier sehr früh reagieren mit dem Kunden, ich sage mal entsprechend, den Kredit auch zu restrukturieren, bevor überhaupt ein Default entsteht. Natürlich gucken wir dann auch, wo die Schiffe fahren. Fahren sie eher in Asien und Europa und wie der Sekundärmarkt für diese Schiffe sich entwickelt aktuell. Das ist also typischerweise, was wir auf der Asset-Seite dann tun. Wir gucken auch die Cashflows an, logischerweise die Liquidität am Eingangspunkt aktuell. Wir gucken, wo ist das Schiff aktuell beschäftigt und wie lange laufen die Kontrakte und errechnen die Debt-Service-Coverage-Ratio anhand von Szenarien der Einnahmeentwicklung. Dort orientieren wir uns an historischen Raten und haben verschiedene Downside-Szenarien, wo wir den Einnahmenverfall entsprechend stressen und gucken, wie lange hält der Kreditnehmer das dann durch mit den gegebenen Mitteln, die er heute zur Verfügung stellt. Gleichzeitig natürlich ein enges Monitoring der Konten und last but not least, und das ist dann eher die Übung, die ein bisschen länger dauert, die Counterpartys auch mal genau zu begucken, also den Mieter des Schiffes, den Charterer, aber ebenso auch den Eigentümer, der, wenn er nicht haftet, dann doch ja sicherlich ein Interesse hat, wenn er in einem Schiff 20 bis 50 Prozent Eigenkapital hat, dort auch Nachschüsse zu leisten, wenn es denn nötig ist. Insofern gucken wir uns das sehr genau an. Und dieser Stresstest, der führt dann zu einem Ergebnis. Das ist typischerweise etwas, was wir sehr zeitnah machen und dann auch aktualisieren, anhand von Kalkulationen, die wir dahinter liegen haben. Letzte Folie vielleicht. Was ist jetzt das Fazit daraus? Also auch Private Debt wird im Shipping eine Korrektur sehen. Das ist so gut wie sicher. Das geht nicht an Shipping Private Debt vorbei, ganz klar. Also wir werden sicherlich in Bankportfolien, Stundungen sehen. Insofern eine Verlängerung der rechnerischen Haltepositionen. Wir werden vielleicht auch hier und da Defaults, Payment Defaults sehen oder Liquiditätsengpässe. Aber die Strukturen sind heute eben deutlich konservativer und der Ausgangspunkt ist eine andere. Und deswegen sind wir eigentlich der Meinung, dass ein Portfolio, was in den letzten Jahren aufgebaut worden ist, mit konservativer Beleihung und entsprechend auch anderem Sponsorship-Commitment, also sprich dem höheren Eigenkapital, was eingebracht wurde am Beginn eines Projektes, dass diese Strukturelemente eine andere Restrukturierungssituation schaffen, als wir sie zum Beispiel 2008 gesehen haben. Für viele Investoren ist das ein erster Härtetest für diese Asset-Klasse als Private Debt in Portfolien. Wir glauben, dass oder wir können uns gut vorstellen, dass hier dieser Härtetest dazu führen wird, dass mittelfristig die Relevanz von Private Debt und auch Private Shipping Debt eher steigen wird, weil wir hier eine gute Chance sehen, auch zu beweisen, dass diese konservativen Finanzierungen entsprechend auch so eine Krise aushalten können. Durchmischung ist essentiell, das habe ich schon gesagt, was die Portfolien betrifft. Und last but not least natürlich auch die Fähigkeit und der Wille, konsequent und schnell zu agieren in kritischen Situationen. Dazu bedarf es eines Netzwerkes und eines Sektor-No-Haus, was die heutigen Marktteilnehmer sicherlich haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und sicherlich jetzt Raum für Fragen. Thanks to both of you. Thanks to Philip Sands and to Swain. It has been extremely interesting. Thank you for sharing your views and sharing these insights. So maybe let me start with a question to Philip. I've been talking about container, bulk and tanker. I was just wondering, I mean, we also see investors in real estate investing in hotels. So how about cruise ships? Is this something investors already go in? So institutional investors, is it something also like an upcoming new number four in these, in addition to container, bulk and tanker? Or how about these mega ships? Maybe you can comment on this, please. Yeah, thank you. I think just basically we very much focus on commercial shipping. So for us, cruise ships is kind of floating hotels and follows completely different patterns, as we can also see in this crisis here. So for us, we are definitely not great experts here. But the main cruise, let's say, cruise financings and cruise investments is made by a few big players in these markets. And these are big corporates who refinance themselves in the capital market by the typical instruments. So you can see that there has been some issues recently, which have seen dramatically increased yields and spreads. But the market has been, let's say, receptive for these kind of debt proposals. So we think this market will follow another pattern than the commercial shipping. But we see this carefully coming back for those who have a sound balance sheet. And I think this is the answer. It's rather not too much of asset-based financing here. Okay, great. Thanks. Just for my knowledge. And I have a question for both of you. And maybe we start with Swain. So I was wondering, ESG is something we hear every day. And also talking about ships and vessels. I mean, first of all, there's the E in terms of pollution of last ships. I mean, there are a lot of media articles whatsoever on this. But also on S with respect to the cruise. So maybe both of you, could you comment what do you see as in development in ESG in shipping? Swain, would you like to start answering this question? Yes, of course. Thank you, Annette. So the shipping industry has a lot of challenges going forward in relation to the environmental impact. There's no doubt about that. We are starting to see regulations come in now, for instance, January 1st with the new fuel regulation, where all ships have to use low sulfur fuel now, which is more expensive than the old sort of heavy fuel that ships have been historically been using. Now, the price differential has narrowed as of late, but it's still a challenge in that it's more expensive. The only way to avoid that particular regulation is to install a cleaning system on board the ships, which some particularly large public companies have done to some extent. But that's not a long-term solution either. And there are new regulations coming in. And the way that we look at this as a lender is that we're very mindful of new regulations coming in. And it's more important than ever to make sure that you have high-quality assets securing these loans, not just in terms of the specs and where they're built at high-quality shipyards and so on. We have also a specific focus now on the history of these ships as far as fuel consumption and emissions, because we do believe, and this may actually accelerate this during the pandemic, we do believe that the worst ships in the market when it comes to emissions and consumption will be removed from the market earlier than what you typically would expect. You know, when you have a difficult market like right now, you will start to see more scrapping, and this might be a trigger to take up not just all the older ships, but also the worst ships in terms of consumption. So we are, you have to be very mindful of changes. And in a way, the way we look at the global fleet now, pretty much a very large portion of that entire fleet has to be switched out in the next sort of generation of ships, the next 30 years, because by 2050, the IMO has mandated that there has to be a 50% carbon reduction by that time. And in order to get there, most of the ships that you're seeing today aren't going to make it. So this is a massive challenge for the industry. And the question is whether there is enough capital for that out there. It is something that we are actively looking at in interest global, how we can provide capital to help this transition to greener assets in the future. And, you know, there's more to be said on this at the latest stage, but it is something that we are very focused on. As far as the question around the social, the S in the ESG, you know, we are very focused on doing transactions with companies that do have a very clear focus on the social aspect to make sure that they treat their crews well. Scrapping is another area where, you know, you have to make sure that these companies don't do, they'll scrap the ships the old way, just beach them, which is a terrible business. So these are also items that we are very focused on to make sure that we deal with companies that take these things seriously and have clear policies when it comes to treating their crews well and also disposing of their assets when the time comes in an environmentally and socially friendly way. So, yeah. Okay. Philip, would you like to also comment on the ESG, please? I think Sven touched on most points. It's also an important part of our due diligence of every single project or onboarding of every client. We feel that investors have a strong focus on this. But we, on the other side, we also see, as Glenn rightly pointed out, it's a decade of transition, probably, to new engines and new propulsions, new fuels. And the decision for a 20, 25-year investment cannot be made on the basis of today's technology status. So, there's a bit of a way to go, which is a good news for the existing fleet because it, let's say, prevents a bit from ordering too much at the moment. But I think this will come in the second half of that decade here when, let's say, the technological questions are clearer than they are today. I think on the S and the G, the shipping has gone a long way already in the last five years by becoming more transparent and coping with sanctions and other topics much more professional than in the past. So, we have a completely different industry set up which is much more professional today. Okay, thank you. Then, maybe another question to Swain. I mean, since you're located in New York, so is there a completely different behavior of American and institutional investors towards shipping and maybe aviation than compared to European ones? Is this in relation to ESG as well or just in general? It's more in general. It's not only related to ESG but it's in general related to shipping. Yeah, just, is it something you feel it's different or is it... Yeah, I think that I mean, I think that you know, early on when we worked on our first fund so this goes back four and a half years now, we actually had more success with European investors than U.S. investors and I do believe that, you know, coming from that part of the world myself, it's really more based on an understanding and knowledge of the industry. You know, there's more history when it comes to the shipping industry than here in the U.S. Often, you know, shipping for a lot of U.S. investors at least in the past they were thinking more about FedEx or DHL than actually ocean-going shipping. It was just a lack of history and knowledge about the industry and, you know, part of my job here for these four and a half years has really been to educate institutional investors about the industry itself, get them comfortable with the cyclical nature, you know, the hard wheel assets and so on. So, early on it was definitely more of an understanding of the industry. We do see that sort of gradually changing though and at this point we actually raise more capital here in the U.S. than elsewhere so it's been a complete change in that regard. I do believe that there's more, you know, the whole dislocation story everyone understands. It was more the underlying industry and the kind of the reputation of shipping as being very volatile and so on. You know, making the investors understand the difference between investing equity so buying ships and providing debt capital there's a huge difference there in terms of historical losses and so on. So, I think that at this point even though there's still clearly more understanding of the industry for good and bad in Europe and then in the U.S. there we are starting to see a positive development here as well. Okay. Thanks. And then one question from the audience. I'm not quite sure what it's meant but maybe I think it's about collateral and maybe Philip could you you touched on this already but maybe could you briefly summarize what needs to be known with respect to collateral on ship finance and ship debt shipping debt private debt shipping. I think first of all and most importantly you normally in let's say first lien lending you have a mortgage first lien mortgage which is registered basically and is comparable to the real estate sector. Otherwise you would typically see assignment of various contracts be it insurance or other charter contracts or typical let's say assignments you have in these kind of project financings. Otherwise you have liquidity requirements meaning that you you have a minimum liquidity requirement or if there are repair dry docking requirements upcoming then you would let's say commit the borrower to to put this on an account on a pledged account as a reserve account for for special for these specialties and last but not least you have a very broad but also LMA standard based covenant structure and most importantly you have the LTV the loan to value covenant which gives you an early instrument to react what you don't find too much in asset based financings is our financial covenants except for this liquidity so you don't find too much net debt of EBITDA kind of covenants in these in these asset based financings this is the typical collateral structure which you would can expect in an asset based financing company thank you so I guess Roland I think we can correct all the questions correct or do you see any other ones no I think just a moment well I have no other questionnaire and we will see in the system and any additional one yeah then it's my turn to say thank you thank you to both of you Sven and Philip this has been really interesting talking to you and yeah everyone else attending this webinar have a nice day and hope to hear you soon and see you soon in the next webinar thanks to all of you bye bye thank you very much